Von den Ingenieuren von The Trick und Effektor Technology. Das JUTAS-Experiment. Ein Experiment wie noch keines zuvor. Die Hightech-Bikeware-Labors von X-Bionic testen ihren geheimsten Prototypen auf der Eurobike 2015 unter realistischen Bedingungen. Sie haben nach Freiwilligen gesucht, die die Testfahrt wagen. Hunderte haben sich beworben. Für 100 Mutige aus 8 Nationen wird das JUTAS-Experiment jetzt ernst. Es gibt kein Zurück mehr. Insgesamt 4000 Testkilometer. Und niemand weiß, was ihn erwartet. Cool, dass man so ins kalte Wasser geworfen wurde. Also der erste Eindruck war immer sehr interessant, vor allem diese Ableitungen hinten. Das JUTAS-Experiment sieht sehr Hightech-mäßig aus. Der Weg in die Zukunft ist nicht immer eine Gerade. Ich liebe es. Ich habe nach 10 Minuten gemerkt, dass ich nicht mehr das Gefühl habe vom Schwitzen unter dem Rucksack. Es hilft Energie, ich glaube. Wir lieben es. Man friert nicht, man schwitzt nicht. MTT Metatube Technology Kühlt, wenn du schwitzt. Wärmt, wenn du frierst. Sie schaffen wirklich die Feuchtigkeit vom Körper wegzubringen. JUTAS-Experiment.com JUTAS-Experiment.com